Die Bahnhofrauter ist, die verwüstert, wo es da ist. Alle Verwüstungen, die man an Baden sieht. Es ist schwer zu schätzen, ob es das am Skifest ist. Schick, guck mir das. Wollen wir mal schauen, ob es da ist. Die Spur der Verwüstung. Die Bahnhofrauter ist. 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 Die Anufrau ist recht verwischt. Rundfunk Von kaputte Auto bis kaputte Gläser aus. Das ist eindeutig Einkaufbier. Lernkürt Einkaufbier ist voll klar von wo das kommt. Hier ist ein Säckli jetzt auch noch ein Boden. Jetzt muss der Bus auf eine Haupe Schärte fahren, Abfall überall drauf und der wird drauf. Er kann nicht einmal nach vorne fahren. Der Bus ist blockiert. Schauen wir mal, was alles passiert ist, was alles an Boden ist. Nur mal ein Säckli abholen. Hey! Schauen wir mal, was hier passiert ist. Wann auf Rundfunk ist. Hier ein Glasrobot. Hier ein Glasrobot. Überall, wo man sieht es. Umlauf. Tierflasche. Und die Gänse waren das. An einem Tal. Und nicht sogar Terroristen. Ein Schaufenster ist kaputt gemacht. Der Router wurde die Bahn auf der Schau beschädigt. Durch die ganze Zeit. Und wir rabbitsen die outra Held.